from-from verwaltung bernbarnbarn-barnbarn ich bin immer noch gehypt über was? da.. drauf wo ich letztes Mal schon den Fokus drauf hatte den Fokus? du hast auf irgendwas den Fokus drauf? ja wir wollten einen dicken fetten Affen klatschen hab ich gehört dicken fetten Affen klatschen? ja ogloppen wir einen dicke fetten Affen yay von daher erstmal Hallo, ihr Süßen Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Monster Hunter. Heute wollen wir den dicken fetten Gorilla im Walde verprügeln. Den Halbbruder des Admirals? Weißt du, der Witz ist ja, jetzt muss ich gerade darüber nachdenken, war Son Goku von Dragon Ball nicht eigentlich auch ein Affe? Ja. Und der ist gerade zum Super Saiyajin geworden. Ich sehe da Parallelen. Wir dürfen uns quasi mit Son Goku messen. Beziehungsweise mit dem Halbbruder des Admirals. Das heißt, der Halbbruder des Admirals ist Son Goku. Awesome! Okay, auf die Fresse. Auf die Fresse, fertig, los. Das sind wieder die Stärkste in der Galaxie. Im Universum. Wenn danach ein P.G. da um die Ecke kommt, kriegt eine kleine Ordnungsstelle mit. Der Lappen. Hmm. Hm. Is there something behind here? Well now, the heck's going on? Ah, big boy. Ah, I'm going down. Watch out when he gets angry. Genau, wenn er wütend wird. Auf, wenn er wütend wird. Oh, okay. Ich glaube, ich brauche ein Kaltgetränk. Vorratswurzel. Wo gibt's gar keine. Ich glaube, ich sollte... Kaltgetränk, wenn wir wirklich da unten in dem Biom sind. Ich habe schon ein Sprengepfiffen. Die Lauge zu mir. Auf geht's. Ich bin dann schon mal weg. Ah, ich habe es kaum erwartet. Warte, ich will mitmachen. Nicht so schnell vor. Ich will mit Torn. Auf geht's, mein kleiner James. Ich habe jetzt schon eigentlich einen Ort. Wo er hin? Ich weiß überhaupt, wo er hin soll. Ob sich das... Ich will meine Rennkraft von Spuren zu Spuren. Wenn ich schon mal eine Spur hätte. War doch gleich einer, der runtergesprungen ist hinter dir quasi. Ja, das ist absolut. Ich bin schon mal ein bisschen begrüßt. Ich bin schon mal ein bisschen geflüchtet. Ich bin schon mal ein bisschen geflüchtet. Ich bin schon mal im Moment. oder essen das ist auch eine wilde saure kurke ums genau zu nehmen die sich prügeln würden nein ich möchte ja aber ich möchte nicht dazwischen stehen darum geht es auch gar nicht ok ich bin im vulkan bio angst haben die echt episch gemacht also ich sehe das echt siehst du siehst du mir dass ich über die gesicht hinterher die wandelbichter hey what's wrong definitely not a natural formation looks like something just barreled through okay i'm ready we gotta find out what caused that huge roar we heard to think a place like this was in the guiding lands is it on guard because of us huh what's happening so 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 no way it survived so 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 los und geblendet ist ja auch hier zu schubsen das bringt auf mich auch also meine war hat noch grüne schärfe der hat mir ganz schön gegeben was zieler auf den schwanz naja bei dem teilchen ist aber der schwanz die ich verstehe was er denn da trainiert das was schockfreunde haben keine wirkung das ist das fette schwein das ist doch gut trefft das war ein po das fiel gibt es auf dem arsch ich glaube und die trotz übel schaden das fiese krank genau das wir haben vielleicht die kuschel zufolge genommen von wegen ihr prügel musste sich die priorisat war die kühle ich werde ja 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 welch und dann bin ich drin schon mit der kunden die auf entspannung ist war der runde aus afs neuen verkaufen gestoppt er kommt mir glaube ich entgegen oder ich befürchte ein mehr geht in eine Richtung ob er sich rumschmeißt so wie er sich mit ihm dies sei gar nicht so sein wo ich habe auszusehen den Ratholus den Schwanz erwischt wo er von der Absicht ich glaube der wird jetzt abhauen er hat bestimmt keinen Bock mehr verstehe ich habe auch keinen Bock auf ihn nein auch nicht umschubsen nein er ist er ich blöcke und der der kriegt jetzt erst mal auf voll umgerannt er soll aufhören so schätzt verstehe ich dass er das tut hoch schreit der mich um oh Gott richtig schön macht der einen Schaden wollen wir vielleicht noch mal von vorne anfangen und einfach erst mal das ist hey wie geht's dir mein Name ist schlecht geschlafen mein Name ist Asa wer bist du so die einfach meine volle kaputt schlägt ey ich glaube die mag er nicht so für uns auch nicht mehr ich glaube wir haben es uns verkackt ich denke ich ihn nicht gleich gegen die Wand rennen lassen sollen er war jetzt echt nicht so er macht einen Schaden trotz des Schilds ey meine Güte da ist wohl die Hälfte des Lebens weggekommen Aua boah der Schulter-Tackle-Battle hat er gewonnen oh Gott das ist zu hart Alter was ist denn mit dem Schiff gelaufen Aua 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 ich kann ich glaube nicht Aua ach 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 du brauch grad mit dir ich weiß gar nicht warum oh die Sache bist du entdeck warum ist der so groß mit dem los keine ahnung irgendwas ist doch vom tresen gefallen bei der letzten zeche für heute als baby vom wicke dich gefallen wahrscheinlich das auch noch und die haben es hochgeworfen und einmal zu viel geklatscht ok 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 ich sag nichts zu mir oder der helder ein enges ball war es als baby gesoffen er hat irgendwas vorgeworden total unentspannt der kollege ja den aber gegeben trotz des blokes alter ich möchte nur erwähnen erst jetzt zweimal mit dem nackten pavia ein arsch in das gesicht gescheit ich gehe mal hallo sagen ja ich bin auf die blöcke und er macht erst mal seinen super sauer zu strahlen zur begrüßung so moin okay er ist im nicht rage modus ist er tatsächlich schockbar das ist der da schockbar ach so blitzfalle ja aber nur wenn er nicht gerade rage ist Auaaaauaauaauaau! Nicht mehr Bii! Nicht mehr Bii! weißt du diesmal ist er ausgerastet ich hab mich noch nicht über berührt, der ist ja schon durchamis er hat sich dein Gesicht gefahren mit der letzte Lager mehr boooouy aber du hast dich doch ότι gespissen ich würde dich auch wieder tun au Ok, ich dachte ich würde es wieder tun, wow, das wird er auch wieder tun, alter Schwede, Aua, hat doch gelitten der Junge, ja jetzt gibt es erstmal noch einen, oh schon, ouch, oh natürlich, ich glaube wir erzurnen die einen Karten so, ich denke auch, er hat was am Arm kleben, oh Gott, er springt schon wieder, meine größte Schwäche, ein Affenhinter im Gesicht, Au, da war der Affenhinter wieder, das war meine größte Schwäche, Au, das ist die Polly nicht richtig, das ist ein hässliches Polly, sag ihm das mal ins Gesicht, hab ich doch, Au, Au, und dann verklappt er mich gleich, und er hat mich in den Lava, aber ich mag die Musik, jetzt aber, das ist das, das ist die meine Offenlaktion, jetzt aber, ja, das ist das, oh, jetzt hat er, jetzt hat er, jetzt hat er, jetzt hat er, oh Gott, jetzt hat er, oh Gott, oh Nein, ich bin nicht so f***ig. Oh Gott! Ich truffle. Ich truffle schon wieder. Das ist ein Dauerzustand bei ihm. Au! Boah, ich konnte meine Schulter. Wenn sie eine Waffe hochziehen. Du hast die Schulter direkt. Boah, dein Waffe ist eigentlich groß. Komm mal, durch geht das. Aua! Ich schulter ihn und ich flieg trotzdem weg. Alter Schwede, ey. Da hab ich ja Bock drauf. Äh, ich wäre mal für Schwertschärfung. Oh Gott, jetzt macht er diesen nicht blockbaren Schaden. Trotz Schild. Er ist ja schon blockbar, der Schaden erbar ist. Geht halt was zu drosch. Oh, wie oft es drauf geht. Ich habe mega Bock auf dich. Alter! So ging's wie vorhin. Rentaler Ralf. Rentaler Ralf. Oh, der Film gut. War rau, ja. Der Parian hinterl war schon wieder da. Wollen wir wirklich da wieder hin? Ich würde sagen, wir sagen zum Atmo, wir haben es geschafft und sind da mal eintrinken und er kann sich selber mit der Scheiße kümmern. Wir machen wieder die alte Mail und sagen, ja, ja, ist erledigt. Und dann geht er hierher und wird verprüchert und dann so, warum, wer ist denn eigentlich tot? Und so, wir sind aus der Geschichte. Wir haben unser Zeug erledigt. Am besten, wir brechen ihn noch irgendwas ab. Das Schwänzlo oder so, wenn das geht. Oh, jetzt übertreibt es aber, oh Gott, da ist er schon wieder. Oh Gott. Oh, 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 oh. Er ist kein Sorge, auf dem Raterlust. Nein, der kommt direkt zu uns. Scheiße, Raterlust. Oh, schon, jetzt ist es jetzt. Geht drauf. Oh Gott. Selbst als Raterlust hätte ich zu überhaupt keine Lust. Du siehst ihn anspringen und denkst nur so, nope. Alter, wie hat er den da... Oh, 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 oh. Das ist so heftig. Und ein Spro, Alter. Der ist platt, der Junge. Dem hat er gegeben. Au, au, au. Aua. Als Zola wird den Ort weit verlassen. Ja, zu Recht. Ja, zu Recht. Na, endlich. Oh, nein. War ich das? Ja. Sehr gut. Hast du zwei Affen, die gegen dich agiert? Ja. Affen mit Waffen. Oh. Dickes Monster. Boah. Du willst ihm umschultern, suchst das Timing und was macht er? Springt er mit dem nackten Arsch ins Gesicht. Das mit dem Arsch rein springt das Monster gerne. Ich meine, er hat ein schönes Präsent an seinem Schwenzel, ne? Aua, au, au, au. Nicht, nicht, nicht. Au. Ach, ist das schön. Ach, nein. Nein. Nicht das schon wieder. Er ist nur ein Super-Seilchen, aber nicht im Super-Seilchen Stufe 2. Das ist erst, wenn er seine Hände wieder macht. Oh, Gott. Äh, äh. Ah, ha, 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 ha. Das war der Safe des Jahrhunderts. Wir haben es nicht auf Band, na toll. Aber jetzt ist er im Super-Seilchen 2. Oh, Mann. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Du gehst? Jetzt? Ich bin schon weg. Warum? Ich komm mal mit. Ich hab doch gesagt, es war der Safe des Jahrhunderts. Ich komm mal mit. Da wird jetzt keine Lust alleine zu agieren. Geh ich schon mal vor. Oh, ich bin noch nicht weg. Oh, ich hab den Abdo. Au. Ist der Abdo noch aufgekillt? Ja. Oh, schreit die. Oh, gib ihm. Oder er gibt mir, ich weiß es noch nicht so. Oh, wie er seinen Hintergrund am Stein reibt. Eke. Au. Jawohl, ich hab ihn um. Ja, boi. Ah. Ah. Au. Dickes Monster. Oh, ich hab was abgeschworen. Ich hab ein Horn. Ich hab ein Horn. Ich bin auch noch beide dran. Irgendwas hab ich gebrochen, auf jeden Fall. Es sah alles wie ein Horn. Aber okay, Hauptsache irgendwas ist das kaputt. Oh Gott, nein. Super Saiyan Symphor. Da dauert es nicht mehr lange bis zu Super Saiyan 2. Ich sollte schon mal einen kleinen Krank nehmen, dass ich wieder volles Leben hab, wenn er seine Arschbombe macht. Aber sein Popo sieht bisher heftig aus. Zieh. Ich weiß es nicht so lange nie. Schon wieder was gebrochen. Jetzt haben wir es Horn ab. Hat er gerade echt so ein WIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIF Geräusch gehört? Ja. Geil. Dein Arsch feist, wenn er aufschlägt, aber... Okay, das war ja so eine Waffe vor allem. Kleine Ballikus. Oh Gott, ich hab schon wieder mörderich einen auf die Kuschel gekriegt. Irgendwann abhauen sollte. Die hat doch immer gut gegeben. Oh, schon wieder ausgebrochen. Geil! Ah, das sagt's mit mir auch an ihm. Ah, das ist was da. Ha, da war's im Kopf gesetzt. Jetzt weh, mach's das Ding schon. Ich nutz die Zeit mal effektiv und... Boah, boah, bumm. Oh, 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 oh nein. Oh Gott. Da darf's gut denn jetzt angereitet. Das ist der Devil schon wieder hier. Au. Jetzt hab ich abgelenkt. Au. Seine Stimme auch noch mal. Baseless. No. Ist der Kleiner, ne, ja. Hat der mein Kesto da unten geboxt, ey? Nein, ist klar, ja. Gut, dass er diesen Strahlen nur geradeaus macht. Gut, dass ich den Schild noch hochgekriegt hab, ey. Oh nein, oh nein. Au, 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 was macht der, was macht der? Oh Gott. Autsch. 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 Au, au, au. Autsch. Autsch. Ach, komm. Nicht mehr raus, Süße. Putsi-putsi-putsi-putsi. auf jeden Fall ein Präsent gekriegt von mir oh oh, wo ist der jetzt? was ist denn mit dem los? geil nein, nicht wegrennen oh, jetzt rennt der wieder weg oh, so eine Affe, ey kein Intended oh, er struggelt dass ich das noch erleben darf hinterher hinterher dem Hintern hinterher das lasse ich mir gerne 2000 Mal sagen jawoll ab in die meine Güte und er hat sogar ein Horn verloren da hatte ich jetzt Bock drauf das wird guck mich auch gleich geil ich heiße ihn ich heiße ihn ich will nochmal killen, irgendwann muss man mal killen hey kid you certainly earned your pay today good work, Fiver hey Rajan uh, uh even Elder Dragon steer clear of that beast anyway now we know we got Rajan running loose in the guiding lands Geil, Rajan taucht jetzt in den Leitlanden auf, da hab ich jetzt gar keinen Bock gehabt aber fein viel geiler war die Aussage als wenn ich gegen meinen bösen Zwilling gekämpft habe aha so war das jetzt nicht gemeint das ist ein Trollo, ey ach herrlich mit diesen Worten verabschieden wir uns bei diesem Spektakel und wünschen euch noch einen schönen Tag macht's gut genau macht's gut bis zum nächsten mal so Bis zum nächsten Mal.